Musik Es ist schon ein bisschen seltsam, das Weihnachten in diesem Jahr. Wobei, was heißt seltsam? Es ist eben anders als sonst. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Vielleicht ist es ja besonders spannend und wir entdecken Dinge an Weihnachten, die wir sonst nicht gefunden hätten. So wie es für uns heute seltsam ist, war es sicher auch vor 2000 Jahren für die Menschen seltsam. Eine Volkszählung, das gab es noch nie. Jeder muss sich in Listen eintragen. Auch in diesem Jahr wollen wir uns gemeinsam aufmachen und entdecken, welche Botschaft Gott für uns bereithält. So beginnen wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Guter Gott, in Jesus bist du Mensch geworden und in die Welt gekommen. In einem kleinen und hilflosen Kind offenbarst du deine Liebe zu uns. In einem kleinen und hilflosen Kind schenkst du uns die Fülle des Lebens. Alles, was wir erwarten und ersehnen. Alles, was wir brauchen und nötig haben. Schenke du uns Dankbarkeit für dieses Wunder und für die Liebe, die du uns allen Menschen damit erwiesen hast. Und zeige uns Wege, wie wir diese Liebe selbst leben können. Amen. Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas. Der Engel sagte zu den Hürden, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hürden zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hürden erzählt wurde. Wir haben die Botschaft der Engel gehört. Sie haben gesagt, fürchtet euch nicht. Heute ist der Retter geboren. Diese Botschaft galt nicht nur damals den Hürden, sondern sie gilt auch für uns alle, die wir hier und überall auf der Welt Weihnachten feiern. Der Retter ist geboren, ein Kind im Stall. Diese Nachricht der Engel ist so unglaublich, dass die Hürden nicht so recht wissen, was sie davon halten sollen. War das echt? Können Engel Fake News verbreiten? Für wen soll ein Kind, das in einem Stall geboren wurde, ein Retter sein? Solche Fragen steigen in den Hürden auf. Und vielleicht hat sich der eine oder andere von uns genau diese Fragen auch schon einmal gestellt. Kann das überhaupt sein? Gott wird Mensch und er wird nicht in einem Palast geboren, sondern in ärmlichen Verhältnissen? Macht das alles Sinn? Die Antwort auf diese Frage muss jeder für sich selbst finden. So wie die Hürden, aber auch die Engel geben einen kleinen Hinweis, was zum Frieden, zum Finden der Antwort helfen kann. Sie fordern die Hürden auf, nach Bethlehem zu gehen und dort selbst dieses Wunder zu sehen. Wir wissen nicht so genau, was die Hürden in jener Nacht so erlebt haben, nachdem die Engel wieder verschwunden waren. Aber wir können uns, es für uns selbst herausfinden, wenn wir selbst zu Hürden werden. Wir haben die Botschaft der Engel gehört, dass der Retter, der geboren wurde. So wollen auch wir losgehen und selbst das Wunder schauen. Wir sind eingeladen, loszugehen, loszugehen und das Jesuskind in der Krippe zu besuchen. Ob hier an der evangelischen Kirche in Kolkwitz, in einer Kirche ihrer Wahl, zu Hause oder in ihrem Herzen. und wer weiß, was wir finden und spüren, wenn wir dorthin kommen. Aber es kommt zuerst auf uns an. Trauen wir der Botschaft der Engel? Gehen wir los, um das Kind zu sehen? Und sind wir ein bisschen verrückt und rechnen damit, dass dort wirklich etwas Außergewöhnliches passieren kann? Auch für uns? Jesus hat uns immer wieder eingeladen, mit unseren Bitten und Sorgen, aber auch mit unserer Freude und unserem Dank zum Vater zu kommen. Ihm dürfen wir alles anvertrauen. So beten wir für alle, die in diesen Tagen die Botschaft von der Geburt Jesu gehört haben. Gib ihnen Mut, sich auf den Weg zu machen, um dich zu suchen. Wir beten für alle, die in diesen Tagen nach deinen Spuren in ihrem Leben Ausschau halten. Schenke ihnen die Erfahrung deiner Gegenwart. Wir beten für alle, die an der Botschaft der Engel zweifeln. Komm du ihnen auf ungeahnten Wegen entgegen. Wir beten für alle, die unter den Folgen von Krankheit, Krieg und Unfrieden leiden. Zeige ihnen, dass du auch dort bei ihnen bist, wo Schmerz und Kummer den Alltag belasten. Guter Vater im Himmel, du kennst uns und weißt, was uns bedrückt, was uns fröhlich macht. Höre alle ausgesprochenen und im Herzen formulierten Bitten und allen Dank, die wir in das Gebet einfließen lassen, das uns der Herr zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne uns Gott, dass unser Schritt mutig über die Schwelle tritt. So segne uns Christus, dass wir ihn als Begleiter in neue Räume mitnehmen. So segne uns der Heilige Geist, dass wir seinen Wind immer im Rücken spüren. Die Weisheit begleite uns, dass wir offene Türen finden. Ich stehe an deinem Frieden hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und scherbe dir, was du mir hast gegeben. Im Himmels ist mein Geist und Sinn, erzähl und gut in alles hin und lass dir's wohlgefallen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir getoren und hast mich dir zu eigen, gezwungen, in deinem Frieden hier. Geh' ich durch deine Hand genug, da warst du schon mein Leben, doch wie du ein Wort ist, werbe. Ich lag im Dienst der Todesnach, du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, dich gebenfreund und morgen. O Sonne, die das wehrte mich, es glauben Sie mir zugebracht, wie schön sind deine Strahlen. Im Jahre 1886 wurde Josef Krebs in Georgswalde, heute Jirikow, in Tschechien geboren. Er wuchs auf und lebte als Deutscher in Tschechien. Das war normal in Georgswalde. Der Schuster war ein Deutscher, der Schneider ein Tscheche, der Bäcker ein Deutscher, der Apotheker ein Tscheche. Man kam so gut miteinander aus, wie Nachbarn in einer Kleinstadt eben miteinander auskommen. In anderen Grenzregionen war es ähnlich. Josef Krebs wuchs heran und machte eine Malerlehre. Dann eröffnete er einen Malerbetrieb. Er war begabt und hatte eine künstlerische Ader. Er fing an, Weihnachtskrippen zu machen. Und bald verkaufte er seine Weihnachtskrippen nicht nur in Tschechien, sondern auch in Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland. Im Jahre 1938 besetzte Nazi-Deutschland Tschechien. In den folgenden Jahren wurden durch die Besatzer viele Verbrechen an der tschechischen Bevölkerung begangen. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, hatten die Tschechen die Nase von den Deutschen voll. Nicht nur von den Besatzungstruppen, sondern von allen Deutschen. Im Oktober 1945 erließ die tschechische Regierung die sogenannten Benesch-Dekrete, nach denen alle Deutschen Tschechien verlassen mussten. Ihnen wurde nur wenig Zeit gegeben und sie durften von ihrem Eigentum nur so viel mitnehmen, wie auf einen Handwagen passt. Auch Malermeister Josef Krebs war von diesem Dekret betroffen und musste seine Heimatstadt in Tschechien verlassen. Er entschied sich, die schönste Weihnachtskrippe, die er noch in seinem Lager hatte, auf seinem Handwagen mitzunehmen. Das bedeutete, dass er gleichzeitig vieles von seinem Hab und Gut zurücklassen musste. Mit seinem Handwagen und seiner Krippe zog er über das Erzgebirge nach Sachsen. In Dresden meldete er sich bei der katholischen Kirche. Dankbar dafür, dass er überlebt hatte, schenkte er seine Krippe der katholischen Kirche. Im Jahre 1959 wurde in Kolkwitz eine katholische Kirche gebaut. Fast alle katholischen Gemeindeglieder hatten einen Migrationshintergrund. Fast alle waren Flüchtlinge oder Vertriebene. Sie bekamen die schöne Weihnachtskrippe des Josef Krebs. Sie hielten sie in Ehren und bauten sie jedes Jahr in der Weihnachtszeit in der katholischen Kirche in der Ströbitzer Straße auf. Im Jahre 2010 wurde die katholische Kirche in Kolkwitz geschlossen. Das Inventar wurde zum größten Teil für eine katholische Kirche in Polen gespendet, die vom Neiße-Hochwasser schwer beschädigt war. Nur die Krippe wollten die Katholiken aus Kolkwitz nicht wiederhergeben. Sie war ihnen so sehr ans Herz gewachsen, dass sie im Dorf bleiben sollte. So wandte sich die katholische Gemeinde an die evangelische Gemeinde und fragte, ob es möglich wäre, die Krippe in der evangelischen Gemeinde zu bewahren und aufzustellen. Die evangelische Gemeinde stimmte gern zu und die junge Gemeinde baute dieses Domizil für die wertvolle Krippe. In einem Stall hinter der Kirche hat die Krippe ihren Ort gefunden und dort kann sie jedes Jahr in der Weihnachtszeit besichtigt werden. Die Krippenandacht, die bis dahin immer innerhalb der katholischen Gemeinde gefeiert wurde, wurde fortan eine ökumenische Krippenandacht. Und so erinnert die Weihnachtskrippe nicht nur an das Wunder der Weihnacht und der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Sie erinnert auch an die Schrecken von Krieg und Vertreibung und an die Dankbarkeit für die Bewahrung im Bösen. Sie erinnert auch an die Schrecken von Krieg und Vertreibung im Bösen. Sie erinnert auch an die Schrecken von Krieg und Vertreibung im Bösen. Sie erinnert auch an die Schrecken von Krieg und Vertreibung im Bösen. Amen. Amen.